Wenn Sie diesen Sommer in Urlaub fahren, dann passen Sie auf. Garkoni! Hilfe, die Amis kommen. Hey Dad, schau, Pinkie Pötte. Sie reisen durch Europa. Mach bitte etwas langsamer, die Kinder sind erschöpft. Schatz, die schließen in 15 Minuten und da drin gibt es 100.000 Kunstwerke zu sehen, also beeilt euch. Sie schaffen sich ihre eigenen Ruinen. Sie schließen neue Freundschaften. Es ist nichts passiert, es tut eigentlich gar nicht weh. Und besuchen entfernte Verwandte. Da ist es, Kinder. Mein Mutterland. Dad, Großmutter ist aus Chicago. Schweig bitte, Ross. Machen Sie Urlaub, solange noch alles steht. Wenn diese Amis kommen, kann man nur die Flucht ergreifen. Hilfe, die Amis kommen. Hilfe, die Amis kommen. Hilfe, die Amis kommen.